Noch mal kurz zu den Regeln, Jalzin Selani und ich spielen gleich Sching, Schang, Schong, Steinschiere, Papier, ohne Brunnen, wie das ja manche gerne mögen. Und wer als erster 10 Mal verloren hat, der wird in den nächsten Tagen bei Whistler Haircuts einlaufen und sich seinen Bart pink färben müssen und damit ein Wochenende rumrennen. Jalzin, darf ich bitten? Taktik, hast du eine? Ich habe mir von Daniel Bremer ein bisschen was angehört. Der hat mir da ein bisschen Taktik-Zuweisungen gegeben. Mal schauen, ob ihr nicht unter einer Decke steckt, ihr beiden, aber ich werde das Ding schon gewinnen. Deine Generalprobe verlief nicht unbedingt optimal? Nee, am Samstagabend in München im Hotelzimmer ging es um sieben Kurze und der Verlierer zwischen fünf Leuten musste dann immer trinken und ich musste sechs Mal trinken. Kann aber auch Taktik gewesen sein, also vielleicht wollte ich auch einfach nur schneller voll werden. Also, nicht lang schnacken, wir beginnen. Zehn Verlierersätze. Sching, Schang, Schock. Auf geht's. So, kommt nochmal. Erste Runde. Und... Schick, Schack, Schock. Schick, Schock. Achso, okay. War es. War es unentschieden, war es unentschieden. Papier und Pier beiß dich nämlich. Und... Schick, Schack, Schock. Schick, Schock, Schock. Schick, Schock, Schock. Ja! 1-0. Also 1-0 für mich? 1-0 für dich, ja. Okay. Und... Schick, Schock, Schock. 2-0. Hat nichts zu sagen. Nö, alles gut, alles gut. Schick, Schock, Schock. 3-0. Was ist denn hier los, ey? Ach du Scheiße, ey. Schick, Schock, Schock. 3-1. Nein, es geht los, ey. Und... Schick, Schock, Schock. 4-1. Warte, warte, warte. Du hast doch nichts aufgeregt. Und... Schick, Schock, Schock. 4-2. Und... Schick, Schock, Schock. 4-3. 4-3. Schick, Schock, Schock. Schick, Schock, Schock. Schick, Schock, Schock. 5-3. Schick, Schock, Schock. Schick, Schock, Schock. Ja. 6-3. Puh. Und... Schick, Schock, Schock. Schick, Schock, Schock. 7-3-3. 7, 4, 8, 4, 8, 5, es gab schon furiose Aufholjagen, 9, 5, 9, 5, der erste von fünf, ich werde mir klappen, ich war mir so sicher. Ok, ich zittere am ganzen Tag, 9, 6, 1. Matchball abgewehrt, und schick, schack, schock, ja, ich werde mir klappen, ja, ich werde mir klappen, ja, ich werde mir klappen, ach die Scheiße, ja. Ja, hab ich mit gerechnet, ach du heiliger Scheiße, ja, das ist am liebsten, 10 zu 6, gewinnt Jaltin Selani, und ich, Harry Jurkstadt, werde am Samstag, und ich werde diesmal auch wirklich tickern, letztes Mal kam ja was dazwischen, die Bahn fuhr nicht, werde da mit einem pinken Bart oben sitzen, und das Ding tickern, ja, vielen Dank, das war's aus Brambeck. Ja, als hätte ich irgendwie schon gewonnen, hätte es am Samstag, so fühle ich mich gerade, dieses scheiß Bart nicht tragen muss, ey. Ja.